Привет, was geht? Cookiebreed 2 am Start, der weltbeste Kanal, ihr wisst Bescheid. Heute wieder ein wunderbares Video, wie alle Videos natürlich wunderbar sind, qualitätsgeprüft, Stiftung Warentest, guckt sich jedes Video an. Ja, es stimmt so immer sehr gut, 1,0. Heute in dem Video, Cookiebreed 2, eine kleine Ankündigung. Und zwar, ich hab da so einen Kollegen, der heißt Cookiebreed. Kennt ihr ja. Ich hab hier so Fussel in meinem Mund, ja, von dem scheiß Cookiebreed. Bestimmt seine Arschhaare. Und zwar der, Cookiebreed, der hat ein neues Album gedroppt. Ich zeig das nicht mal richtig rum. Es hat es nicht mal verdient, richtig rum gezeigt zu werden. Scheiß Cookiebreed, Cookiebreed 2 ist der weltbeste Kanal. Und ich kündige an, Cookiebreed 2 wird Cookiebreed übertreffen mit Cookiebreed 2s Album. Es wird heißen... Sterne. Ja, und ich wollte mit dem Video eigentlich nur mal kurz sagen, Cookiebreed, du hast mich persönlich beleidigt, weil du hast das mit mir nicht abgesprochen. Du hast ein komplettes Album gemacht, Cookiebreed Marsmensch, und du hast gar kein Feature mit mir drauf. Und das beleidigt mich im tiefsten. Cookiebreed, du hättest mich zumindest fragen können, ob ich ein Feature will auf dem Album. Ich hätte natürlich Nein gesagt. Aber du hättest mich fragen können. Und das hast du nicht getan an dieser Stelle. Und ich weiß, wir hatten schon immer so ein bisschen Beef. Und jetzt bist du einfach zu weit gegangen, Junge. Junge, Cookiebreed. Ich meine das jetzt ernst. Das ist ein ernstes Video. Und zwar morgen, 12 Uhr mittags, auf dem Schulhof. Cookiebreed. Also morgen, 12 Uhr, auf dem Schulhof, Cookiebreed. Ich mach dich plat, ja. Ähm, gut. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, diese Kampfesbotschaft an Cookiebreed wird die Runde machen. Und er wird von dieser Botschaft erfahren. Ich mach dich plat auf dem Schulhof, Cookiebreed, ja. Guck mir die Augen. Ich mach dich plat. Und dann gibt's nur noch eins zu sagen. Und zwar, Cookiebreed 2, der Weltpist-Kanal, nie am schwitzen. Äh, haha. Abonniert Cookiebreed 2. Ihr könnt euch auch mal das Album von Cookiebreed holen. Aber nur, um es dann wegzuschmeißen in den Müll. Zu kaufen und zu zerstören. Alles klar, dann haut da rein. Cookie 2 war am Start. Der Weltpist-Kanalysel. Abonniert und ciao. Bis zum fucking nächsten Mal. Shit, 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 ja, shit. Bruder, ja, 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 ja. Yeah. Besseres Creams als Cookiebreed. Ja. Shit.